Mit dem vor die Kamera treten, und das ist für extrem viele, ist das sehr, sehr schwierig. Selber vor die Kamera zu treten, weil jeder hat Schiss auf negative Kritik. Ich hatte damals, wo ich angefangen habe mit dem Video, hatte ich gesagt, ich will nicht vor die Kamera, ich will hinter die Kamera, ich will der, der da vorne steht, dass der glänzt, dem will ich nach vorne bringen. Liegt doch nicht. Was bin ich für ein Licht, was bin ich für ein Blödmann, dass ich sage, ich bin hier die geilste Sonne unter der Erde. Das ist ja egoistisch und keine Ahnung was. Aber, das krasse ist, Video und du selber vor der Kamera, das bringt extrem viel Vertrauen und Sicherheit. Ich meine, ihr seid alle heute hier, weil wir uns alle irgendwann mal vor die Kamera gestellt haben. So schlimm, oder was? Nein, weil wir uns irgendwann alle getraut haben, vor die Kamera zu stellen. Und Clemens bin ich unendlich dankbar, dass er irgendwann gesagt hat, hör mal zu, ich zeige euch, wie das geht, vor die Kamera zu stellen. hör mal zu. Untertitelung des ZDF für funk, 2017